Also, Entschuldigung, aber irgendwo muss hier entweder bei einem Handy ein Pfeifen rauskommen. Jetzt sind alle ganz still und derjenige oder diejenige wird erwischt. Es ist ein merkwürdiges Pfeifen. Also wer sein Klingelton auf Jingle Bell eingestellt hat, der ist es. Bitte nochmal alle auf die Handys schauen. Achso. Ansonsten einfach draußen vor die Tür legen, solange. Es wartet da auf Sie. Also ich glaube, das ist jetzt kein Cyberangriff. Aber jetzt im Ernst, können Sie vielleicht kurz mit dem Handy rausgehen und das klären, dann können wir hier weitermachen. Entschuldigung, jetzt. Lieber Kollege, können Sie einfach kurz rausgehen und das klären, dann können wir weitermachen. Sie können auch gerne wieder reinkommen. Das wäre jetzt, glaube ich, die beste Lösung, damit es hier weitergehen kann. Die Frage war der Mindestlohn. Ja, ja. Ich weiß schon.